Herzlich Willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Axel, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Guten Tag. Wir haben eine Menge vor. Wahnsinn. Trotz Sprachtraining wieder normal heute bitte. Ich fand das völlig zu Recht, dass wir darauf hingewiesen wurden, dass es so nicht geht. Von wem eigentlich? Weiß ich nicht. Von wem eigentlich? Menschen schreiben dir immer irgendeinen Scheiß. Wirklich. Was denn? Ich bin auch nicht jeden Tag gleich. Du klingst schon viel besser. Viel besser, so mag ich dich viel mehr. Und Thema Leserresonanz ganz vorsichtig. Du wirst es ja gleich aufgreifen, ja auch in einem Punkt. Also wir haben heute eine Menge vor. Axel war mal wieder Embedded unterwegs, wird darüber reden. Wir reden über ein paar interne Polizei Berlin. Wir reden über das Thema Unschuldsvermutung. Da wird es ein bisschen persönlich in Anführungsstrichen. Aber ich finde das mal wichtig, dass wir auch als Mitarbeiter von BILD vielleicht einfach mal über dieses Thema sprechen. Gerade nach den letzten Wochen und Berichterstattung, die es bei uns gab. Ach, Metzelder. Metzelder, Jatta. Ich finde es einfach mal wichtig, dass wir darüber sprechen. Dann hast du da noch irgendwie so ein bisschen was bei dir hingekrackelt. Also wir haben viel vor. Achso. Womit fangen wir an? Leserresonanz? Ja. Als erstes nochmal ein Nachtrag von der letzten Sendung. Und ich muss leider sagen, dass ich das Gespräch mit Rechtsanwalt Lau nicht retten konnte. Das ehrt dich, dass du das hier so ehrlich zugibst? Es ist formatiert. Man konnte die Dateien wieder herstellen. Aber komischerweise hatten die Tonspuren alle einen. Alle drei hatten ein Echo drauf. Damit konnte man null anfangen. Und es ist für mich eine Katastrophe. Definitiv. Das ist das erste Mal in wie viel? 80 Folgen? 90 Folgen? Übertreiben wir nicht. Es ist schon ein herber Rückschlag für uns. Auch in Gänze. Passiert mir nie wieder. Auch für uns. Redet der nochmal? Redet der nochmal mit uns? Ja gut, das ist halt schon sehr unangenehm. Also jetzt das Gespräch da nochmal zu suchen. Oh Gott, vor allem. Es war ein gutes Gespräch. Es war ein Megagespräch. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir das nochmal so hinkriegen. Egal, das klären wir. Ich mache jetzt mal ein Maß auf und du kannst ja mal ein Thema. Okay, wir hatten beim letzten Mal gesprochen über eine Geschichte, die in Kreuzberg passiert ist. Eine Verfolgungsjagd von zivilen Polizisten. Eine Einsatzzundertschaft auf drei Niederländer. Die vorgegeben haben, dass sie nicht damit klargekommen sind, dass das hinter ihnen tatsächlich Zivilpolizisten sind. Weil sie nicht so aussahen, weil sie sich nicht so verhalten haben und und und. Sie haben ja dann irgendwann ihre, also der Fahrer musste dann die Flappen abgeben, hat sie dann wiederbekommen. Und uns war nicht klar, die Frage wurde ja ein paar Mal gestellt. Oder wir haben uns die gestellt. Was passiert denn jetzt mit den ganzen Verstößen und so weiter? Was kriegt der Post nach Den Haag? Wie läuft das? Und da habe ich eine sehr interessante Zuschrift von Michael Brösank auf Facebook bekommen. Und der schreibt, zur Frage, was mit den ganzen Verstößen vermutlich passiert. Zunächst mal die Feststellung, dass ein Richter sehr schnell im Sinne des Beschuldigten entschieden hat und die Herausgabe des Führerscheins verfügt hat. Das spricht dafür, dass möglicherweise durch den Richter Rechtfertigungsgründe, also wahrscheinlich Notwehr, Nothilfe, in Betracht gezogen werden und eine Strafbarkeit gegebenenfalls sogar deshalb ausscheidet. Was die Verkehrsordnungswidrigkeiten angeht, dürfte entsprechend das Gleiche gelten. Also als Rechtfertigungsgrund kommt hiermit ein sogenannter Erlaubnis-Tatbestandsirrtum in Betracht. Dieser besteht dann, wenn der Täter irrig annimmt, dass die tatsächlichen Voraussetzungen für einen Rechtfertigungsgrund, hier Notwehr, gegenfalls Nothilfe, vorliegen. Er sagt dann aber, blöd gelaufen für beide Seiten, bleibt zu hoffen, dass die Niederlander irgendwann darüber lächeln können. Also das klang für mich sehr plausibel alles. Absolut, mega. Wir haben keine Ahnung, wir reden drüber und kriegen dann so ein Feedback, das wir natürlich auch jetzt nicht beurteilen können. Aber es klingt wahnsinnig plausibel, es klingt so gut ausgedrückt, dass ich es einfach kaufe. Also am Ende für nix, ne? Hat halt eine blutige Lippe bekommen und das war's. Genau, aber erstmal vielen Dank und ist ja mega. Absolut. Haben wir das auch aufgeklärt. Ja. So, du warst ja mal wieder, wie oft, das ist wirklich unglaublich. Ich mach das gerne, weil so hält man den Kontakt zur Basis. Zur Polizeibasis. Was hast du gemacht? Ich war mit meiner Lieblingstruppe unterwegs. Wer ist das? Die Fahrradstaffel. Gut, dass du fragst. Fahrradstaffel, wie immer. Ein Megahaufen an Polizisten, die alle zusammengewürfelt werden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die sind dann bei der Direktion Einsatz angegliedert. Und da waren wir unterwegs am, welcher ist heute? Donnerstag. Donnerstag. Gehen wir ein bisschen näher ans Mikro bitte ran. Stört sich, wenn ich rauche? Nö. Da waren wir am Dienstag unterwegs, Dienstagnachmittag. Drei Stunden. Und zwar Schwerpunkt E-Scooter-Kontrolle. Wer ist denn wir? Mario Ferin, der Fotograf und ich. Ja, haben wir uns getroffen da unter den Linn, Ecke Wilhelmstraße. Und das ist ja mehr oder weniger das Epizentrum der Ordnungswidrigkeiten da. Da geht alles. Also jetzt nicht nur von E-Scooter-Fahrern? Fahrradfahrer, Autofahrer, E-Scooter. Aber E-Scooter ist natürlich jetzt, wir haben mittlerweile 9.000 E-Scooter in dieser Stadt. 9.000 und davon fast die Hälfte allein nur in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg. Ich hätte vor ein paar Tagen fast einen weggehauen. Ich habe meinen Sohn abgeholt vom Hort und ich weiß gar nicht, wie die Regelung ist. Die gehen mir sowieso wahnsinnig auf den Senkel. Ich kann dir alles sagen. Dann sag mir das gleich. Gehe, hole ihn vom Hort ab, laufe zum Auto und dann kommt so eine Truppe von 4, 5, kommt uns über den Bürgersteig, also das ist so ein verkehrsberuhigter Bereich, kommen uns entgegen, achten auf wirklich gar nichts. Mein Sohn ist ganz normal gelaufen und es war wirklich letzte Sekunde, dass er nicht in ihn reingefahren ist. Und die gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Das glaube ich. Das geht ganz vielen so. Was meinst du, wie viele Bürger, also Passanten uns angesprochen haben, also nicht mich, aber die Polizisten und gesagt haben, ach endlich, sie müssen viel mehr und und und. Das war also vor allem ältere Leute. Wir sagten, hier, das ist Wildwuchs, wir fallen, wir stolpern, die fahren uns um und und und. Da war wirklich so richtig gut, dass sie hier sind. Also wie ist das denn geregelt? Die dürfen nur auf der Straße fahren? Also die dürfen nur auf der Straße fahren. Das ist einer der Hauptverstöße, die wir, also die die Polizisten mit geahndet haben, weil viele halt kreuz und quer fahren auf Gehwegen. Also auch über Ampeln, Fußgänger, also das funktioniert halt nicht. Das kostet ein Zehner, nee, 15. Und der andere Hauptverstoß aus meiner Sicht ist dieses Zu-Zweit-Fahren auf diesem Roller. Da haben wir auch gleich am Anfang so. Ach, das ist auch nicht erlaubt? Nee, das kostet 10 Euro, wenn du auf dem Fahrradweg fährst. Da haben wir auch am Anfang gleich eine junge Mutti aus Wiesbaden rausgezogen. Die hat wirklich ihr Sohn, lass den 3, 4 nicht mal zwischen ihre Beine geklemmt und ist mit diesem E-Scooter dann über den Bürgersteig. Bordstein hoch, Bordstein runter. Da hat die Polizistin auch gesagt, völlig irre, völlig irre, wenn die mal den Roller verziehen. Weil du musst ja auch, bei manchen Rollern musst du ja auch hinten bremsen. Da hast du ja nicht die beiden Vorderrad, also die beiden bremsen vorne am Lenker für vorne und hinten, sondern du musst halt hinten draufstehen. Wenn du da das Gleichgewicht verlierst unter den Linden, bumm, Laster, Auto, Taxi, irgendwas, Fahrradfahrer, bumm, vorbei. Die machen sich halt keinen Plan, die steigen halt drauf, gerade auch viele junge Leute steigen halt drauf und düsen halt los. Und mittlerweile wird alles transportiert damit, Bierkästen, Koffer, wir haben alles gesehen. Ist das erlaubt? Ja, was du nicht darfst, ist hinten was dran machen, also du darfst nicht ziehen. Achso, also wie ein Anhänger. Genau, richtig. Und du darfst auch eigentlich nicht nebeneinander fahren. Das kostet und auch, wenn du nicht anzeigst, dass du blinkst, also dass du abbiegen willst, so rum. Wie mache ich das eigentlich bei den Dingern? Ja, du musst Arm raushalten, wie auf dem Fahrrad. Genau, wie auf dem Fahrrad. Und das ist halt mitunter, finde ich, das kompliziert, weil du halt ja auch Gas gibst mit rechts. Und wenn du dann rechts abbiegst, geht ja der Gashebel automatisch zurück. Das heißt, du verringerst auch dein Tempo. Es wird langsamer, also da habe ich echt skurrile Situationen da gehabt. Wieso gibt es keine Helmpflicht? Tja, das wissen die auch nicht. Wäre das notwendig? Wie schnell fahren die Dinger? 20 ist erlaubt. 20 kmh. Da auch noch so ein Ding. Also alle, die vor ein paar Monaten gedacht haben, boi, jetzt kaufe ich mir mal so einen E-Scooter. Und die hatten meistens alle 25 kmh. Die kannst du entsorgen, kannst du wegschmeißen. Also kannst du zu Hause fahren in deiner Wohnung. Aber im Straßenland sind die nicht mehr zugelassen. Es sei denn, du kaufst dir einen Drosselsatz, fährst dann zur DEKRA, die dir bestätigen, dass da ein Drosselsatz eingebaut wird. Bezahlst du doppelt so viel, wie der Roller gekostet hat. Macht natürlich kein Mensch. Kann sie weghauen. Also Thema Mobilität, ich bin ja ein ganz großer Fan davon, dass man eben kreativ ist, dass man immer wieder neue Dinge entwickelt. Eben auch in der Stadt. Jeder, der in Berlin oder in anderen Großstädten lebt, weiß es ja immer dasselbe. Es ist furchtbar, vorwärts zu kommen. Deshalb per se ist es ja, glaube ich, grundsätzlich genau richtig, sich immer wieder neue Dinge zu entwickeln. Ich glaube irgendwie, dass der Mensch für diese Dinger, oder die meisten jedenfalls, die mir im Straßenverkehr begegnen, irgendwie nicht dafür gemacht sind. Oder irgendwie damit nicht umgehen können. Ich habe keine Ahnung warum, aber es wirkt unbeholfen. Es wirkt, ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar vorher eine Art Schulung machen müsste. Der Vorschlag der Fahrradpolizisten ist, dass es so eine Art Tutorial vorher geben muss, bevor man einen nutzt. Bevor man überhaupt das erste Mal sich einen einloggt, dass man unbedingt auf seinem Smartphone so ein Tutorial absolvieren muss, wo drin steht, guckt, so wird geparkt, so werden die Dinger, so funktionieren die. Das sind die Regeln. Weil kein Tourist, und wir haben wirklich fast ausschließlich Touristen rausgezogen. Und ich rede jetzt nicht nur von ausländischen Touristen, sondern auch Touristen aus Städten, Wiesbaden, Flensburg, wo es so eine Roller nicht gibt. Die nehmen halt ihre Kreditkarte, melden sich an und fahren los. Denen ist das scheißegal, die sehen es ja auch nicht anders. Die sehen es ja auch nicht anders. Jeder fährt ja da kreuz und quer. Wir haben eine dänische Schülergruppe, Friedrichstraße, komplett einmal Fußweg, einmal dicht gemacht. Die sind da wie so ein, die kamen auf dich zu mit ihren Zirk-Rollern wie ein Horniselschwarm. Genau. Und dann stehen die in den ganzen Ormahas und so und wissen echt gar nicht, wohin. Und die Kids machen sich halt einen Spaß draus. Und das Geile war, angehalten, hey Leute, so geht's nicht. Und sie alle, okay, okay, alle sich ausgelockt und alle die Roller so stehen lassen. Einmal quer. Ja, also da, und der wollte gleich, Kameraden, zurück, gleich nochmal hier an die Seite rollen. Und aus einer dieser Parkgeschichte haben wir nämlich auch den Aufmacher gemacht, unsere Titelgeschichte. Weil einer der Kollegen, der Fabian, Polizeikommissar, der hat dann das erste Mal ein Ticket für einen Roller geschrieben. Hier, haben wir auch ein Bild. 30 Euro. Was passiert damit? Ja, wahrscheinlich nix. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also, er hat ein ganz normal, das geht jetzt an die Bußgeldstelle, geht dann an Zirk, den Anbieter. Der müsste eigentlich ermitteln, wer zu diesem Zeitpunkt diesen Roller gefahren ist, abgeparkt hat. Aber dann geht's halt aus wie es Hornberger schießt. Aber spannende Frage, auch für die Zukunft. Ja, aber wenn ich das Ding gebucht hätte, dann sag ich einfach, Leute, ich hab den richtig abgestellt, ich kann nix dafür, wenn jemand kommt und den auf den Fußweg schießt. Interessant, das würdest du machen. Na, Entschuldigung. Nee, ja gut, einfach gut zu wissen. Also, wie du das zur Hand habst. Nein, ich würde natürlich, grundsätzlich würde ich natürlich sagen, nein, ich bin ehrlich, ich war's, ich bezahle die 30 Euro. Nee, aber für den, der es jetzt war, also ich glaube, und so auch die Vermutung der Beamten, das geht halt aus wie das Hornberger Schießen, Nutzer kann nicht ermittelt werden oder was auch immer. Ich hatte gestern auch den Anbieter angeschrieben und, also, auch andere, Leim, Tier und wen es auch immer gibt, keine Ahnung, die wissen halt auch nicht, wie man, hatten sie auch noch nicht, die wissen nicht, wie man damit umgeht. Aber sag mal, die Verbreitung dieser Dinger ist doch immer, es ist doch eigentlich ausschließlich Innenstadtbereich, oder? Ja, also, obwohl sie jetzt auch in Zehlendorf und so weiter auftauchen. Aber ansonsten reden wir hier wirklich über Kudamm, Potsdamer Platz, Friedrichstraße. Ja, aber vermehrt auch in den Außenbereichen mittlerweile, du kannst hier halt fahren, bis das Akku alle ist, ne? Also, das ist anders als bei meinem Leih-Moped, was ich nur im inneren S-Bahn-Kreis sozusagen abstellen kann. Hier, damit kannst du fahren, wie gesagt, jetzt bei den Kollegen in Zehlendorf schlagen die auf, hier Krummelanke und was weiß ich, Schlachtensee, da stehen die dann mittlerweile auch rum. So, und dann kommt ja das Skurrile und dann kommt halt abends oder so, dann kommt halt so ein Transporter, so ein großer Diesel-Truck, lädt die alle ein zum Juicen und am Morgen werden die dann alle wieder rausgeschmissen und es dürfen eigentlich nur vier eines Anbieters nebeneinander stehen. Vier. Na gut, das ist ja auch gar nicht zu kontrollieren. Wenn so eine Schülergruppe die abstellt, wie soll sofort irgendjemand da sein? Das Einzige, was uns aufgefallen ist, bei der Kontrolle stand da auf einmal zwei von Leim, zwei jungen Mädels und die hatten ein Handy in der Hand, Leimwesten an und sind durch die Friedrichstraße geraten. Und dann haben die gesagt, komm, die fragen wir jetzt, was die hier machen, ne? Und Juicer waren es nicht, also nicht die, die aufladen, was macht ihr? Also wir suchen nach Rollern, die nicht richtig abgestellt sind und stellen die so hin, dass sie keinen mehr behindern. Das heißt, die müssen, wo dürfen sie nur abgestellt werden? Du kannst die abstellen, wo du... Nee, ist es doch nicht auf dem Bürgersteig, ist es doch mittlerweile nicht mehr erlaubt, oder? Doch, du kannst sie auf dem Bürgersteig abstellen, aber sie dürfen halt nicht behindern. So muss der Deal sein. Hier, dieses Ticket für 30 Euro hat der Polizist geschrieben, weil dieser Roller wirklich einmal quer stand über, also so richtig quer. Und da, Oma kam halt nicht vorbei. Oder Rollstuhlfahrer kommen nicht vorbei. Sehbehinderte könnten drüber stolpern und, und, und. Deswegen auch mit Behinderung und deswegen auch 30 Euro. Also ich finde es echt ein spannendes Thema, finde es auch gut, dass man es so macht. Ich verstehe nicht, warum es bei einer Stadtzeitung eine Titelgeschichte wird. Nicht, weil ich es dir nicht gönne, du weißt, ich gönne dir alles. Aber ich glaube immer noch, dass es so ein reines Innenstadtthema ist und ich glaube, Menschen... Ja, aber nee, du darfst das nicht unterschätzen. Also es wohnen ja auch in Friedrichshain-Kreuzberg und in Mitte ein Haufen Leute. Und für die ist das einfach nur noch genervt. Also die sind einfach nur noch genervt von diesen Dingen. Ja, ist das so oder sagst du das jetzt einfach so? Nee, also nochmal, die Resonanz war ja auch da. Es kamen ja wirklich immer Leute, die gesagt haben, mach dir richtig, mach dir richtig. Mensch, die Ausländer wissen gar nicht, wie sie, also die Touristen, die wissen gar nicht, wie sie damit fahren sollen. Die fahren uns um, die lassen stehen, die schmeißen die auf einen Haufen und, und, und. Und wie gesagt, wir haben ja heute auch ein Bild drin, da schmeißen halt Menschen diese Roller mittlerweile in die Spree, ne? Wahnsinn. Aber es war wie immer eine Mega. Also drei Stunden gefahren. Jetzt muss man fairerweise sagen, die andere Hälfte der Kontrollierten waren alles Radfahrer, ne? Muss man nochmal sagen, ja. Zu Recht. Handy am Ohr, falsche Richtung gefahren und, und, und. Das war auch nicht ganz so. Gab auch ein bisschen Stress bei einem, hm, nicht jeder akzeptiert das auch sofort oder will seine Personalien rausrücken. Ist diese Truppe jetzt eigentlich, diese Fahrradstaffel, du hast ja mal schon öfter von denen erzählt, ist die jetzt eigentlich aufgerüstet worden? Heißt, also die waren auf Pedelecs unterwegs. Nee, aufgerüstet meine ich personell, technisch nicht. Ja, ausgeweitet. Ausgeweitet, also mehrere Leute. Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, genau, und, ja, und technisch. Da war ich überrascht, Pedelecs. Ich finde das ja super, finde das ja wirklich im Stadtverkehr auch, das ist ja nutzvoll wie sonst was. Und was ich sagen muss, wenn du mit denen unterwegs bist, und ich fahre ja nicht oft Fahrrad, ne, aber wenn ich Fahrrad fahre in Berlin, dann bist du ja Opfer. Kann man nicht anders sagen. Die Autofahrer, ich bin ja selbst Autofahrer gewesen, nehmen dich ja nicht für voll, ne, also fahren an dir eng dran vorbei, behindern dich. Mit diesen Polizisten und ihren gelben Westen bist du wie in so einer, du hast wie so einen gefühlten Airbag um dich drumherum. So, wirklich, alle, uh, fahren hinter dir, niemand hupt, alle sind freundlich, wie weißt du, alle lassen dich vor, keiner ist genervt, jedenfalls zeigen sie es nicht. Das war wieder mal eine tolle Erfahrung, ja, was so eine Weste so ausmacht, ne. Super, freut mich, du und deine Fahrradstaffel. Punkt 1 haben wir abgehakt, war schon ziemlich ausführlich. Zweiter Teil, nur mal kurz, auch so ein bisschen unsere Stammhörer auch das Thema Rocker-Kriminalität abzuholen. Dieser war ja fast schon eines der größten Mammut-Verfahren der letzten Jahre. Sogenannte Wettbüro-Mord, Hells Angels-Verfahren, viele werden es kennen, werden es jetzt auch nicht immer im Alldetail erklären. Einmal noch, der Erklärwehr erklärt, es gab mal einen Menschen, der saß in einem Wettbüro. 10. Januar 2014, Tahir Ötzbeck im Wettbüro erschossen worden, ein Kommando, eine Gruppe von hauptsächlich Hells Angels-Mitgliedern, die damals aufgezeichnet wurden, eben als sie dieses Wettbüro betraten. Und der erste von ihnen, aufgezeichnet von einer Videokamera, genau Axel, und dann, wie man sehen konnte, der erste dieser Truppe dann eben auf Tahir Ötzbeck geschossen hat. Der starb? Der starb, richtig, nachdem er aus kurzer Distanz mehrfach auf ihn geschossen wurde. Es gab einen großen, oder es gibt immer noch einen großen Prozess. Seit November 2014, genau. Zu dem wir auch mal als Zeugen geladen waren. Zu dem wir auch mal als Zeugen geladen waren, richtig. Und es gab diverse Personen, die in die Türkei geflüchtet sind, die mit in diesem Verfahren oder gegen die auch in diesem Zusammenhang mit dem Verfahren ermittelt wird. Die immer noch in der Türkei auffällig sind, die mittlerweile, so wie Ibrahim Karadag, sogar via Skype ausgesagt haben. Andere haben das nicht gemacht. Genau, so, und dieser Prozess steht jetzt dann doch mal irgendwann vor dem Ende, nach vier Jahren und zehn Monaten. Am Dienstag hat die Staatsanwaltschaft mit ihren Plädoyers begonnen. Für diejenigen, die diesen Prozess jetzt verfolgt haben, war es jetzt nicht mehr ganz so überraschend, aber es ist schon eine Hausnummer. Also die Staatsanwaltschaft fordert eben lebenslang für fast alle, außer für den Mitangeklagten Jakob Syrer, der auch sozusagen mit als Auftraggeber gilt oder galt, geht es um zwei Jahre. Und der Kronzeuge Kasra, ehemaliges Mitglied der Hells Angels, der ja ausgestiegen ist recht früh und dann eben ausgepackt hat gegen seine Ex-Brüder. Für ihn sind zehn Jahre gefordert worden, was wirklich ja schon ein massiver Unterschied ist, muss man einfach mal ganz klar sagen. Und man muss auch ganz plump mal sagen, dass es auch wirklich ein Zeichen ist, dass es sich offenbar lohnt oder lohnen kann, für sich die Entscheidung zu treffen, eben in solchen Verfahren oder bei solchen Geschichten eben doch auszusagen. Auch wenn, das ist ja so ein Thema, was wir nochmal extra aufgreifen wollen, obwohl ja sehr, sehr viele Strafverteidiger oder Verteidiger ja große Probleme damit haben, gerade in diesen größeren Verfahren, wenn einer ausschert und dann auspackt. Aber das ist echt ein ziemlich massives Zeichen. So, die Plädoyers gehen heute, also Donnerstag, Podcast wird ja wahrscheinlich morgen ausgestrahlt, also dann gestern, fortgesetzt, Nebenklage ist dann dran und dann kommt der Rest. Drei Stunden hat das Plädoyer gedauert. Wahnsinn. Fand ich sogar wenig. Ich hätte gedacht, dass es über mehrere Tage geht oder dass es mindestens zwei Tage dauert. Und man muss jetzt mal sehen, also die Forderung der Staatsanwaltschaft war jetzt, wie gesagt, nach dem Verlauf des Verfahrens nicht unbedingt überraschend. Überraschend wird auf jeden Fall am Ende dann trotzdem aber die Entscheidung des Gerichtes, auch wenn es da eine gewisse, sagen wir mal, Tendenz oder Richtung gab, so wie das auch Verhandlungsteilnehmer auch selber immer wieder auch gesagt haben, in welche Richtung das wahrscheinlich geht. Aber da ist immer noch diese Geschichte mit diesem rechtlichen Hinweis. Stammhörer werden sich vielleicht daran erinnern, da haben wir mal darüber berichtet. vor einigen Monaten, dass das Gericht in einem sogenannten rechtlichen Hinweis an die Verfahrensbeteiligten darauf hinwies, dass es eine Möglichkeit der Strafmilderung gibt, die eben darauf zurückzuführen ist, dass die Polizei möglicherweise vor dem Tötungsdelikt oder einzelne Beamte nicht ihre Arbeit richtig gemacht haben, möglicherweise, dass spätere Opfer nicht gewarnt haben, beziehungsweise auch den, wie er so vor Gericht steht, den möglichen Auftraggeber, Kadir Padie, den Boss dieses Charters, auch nicht in einer sogenannten Gefährdeansprache darauf hingewiesen haben, doch nach den Erkenntnissen, die sie haben, dass eine Gefährdung von Tahir Özbek vorliegt, das zu unterlassen. Das ist bei der Staatsanwaltschaft intern ein großes Thema, dass man nicht so genau weiß, wie man diesen rechtlichen Hinweis einschätzen soll, beziehungsweise welche Konsequenz er dann wirklich haben wird. Das wird, glaube ich, jetzt wirklich der spannendste Part noch, der auf uns zukommen wird aus dem Umkreis. Der Hells Angels ist jetzt am Dienstag zu hören gewesen. War ja auch nicht anders zu erwarten, dass natürlich politisch motiviert das Ganze und wieder ein Exempel statuiert werden soll. Interessant ist ja auch immer, wenn man das dann so hört, was die Anwälte dann auch so sagen, das hätten sie in ihrer Arbeit noch nie erlebt, wie hier ermittelt worden sei und wie vorverurteilungswürdig das Ganze abgelaufen sei. Ist natürlich klar, wenn man für seine Mandanten nichts hinbekommt. Aber das ist ja eine Katastrophe. Viereinhalb Jahre Anwaltskosten bezahlen, um dann doch mit lebenslänglich rauszugehen. Ja, natürlich. Deshalb ist es ja auch wichtig, das darf man nicht vergessen, deshalb ist es ja wichtig, eben auch für diese Anwälte natürlich den Mandanten das auch entsprechend zu verkaufen und auch entsprechend nahezulegen, dass es natürlich nicht an ihrer Arbeit gelegen hat, sondern dass es eben ausschließlich irgendwelche übergeordneten Gründe gibt, die mit Rechtsstaatlichkeit natürlich nichts zu tun haben und nur deshalb auch so ein Verfahren zustande kommen konnte. In dieser Geschichte ist es so, wie ich das mitbekomme oder auch höre aus dem Umfeld der Rot-Weißen, dass man das den Anwälten glaubt, dass es da eben nicht möglicherweise vielleicht auch Zweifel gibt an der Arbeit, die dort geleistet wurde. Was aber ein Zeichen hinterlassen wird, ich habe es gerade angedeutet, diese Diskrepanz in der jeweils auch, jedenfalls auch in der Forderung der Strafe, also zwischen lebenslang und zehn Jahren für den Kronzeugen, das sind nicht nur mindestens fünf Jahre Unterschied, sondern das sind natürlich auch bei der Rückschau, dass die Angeklagten mittlerweile auch über vier Jahre in Haft sitzen, beziehungsweise fünf Jahre in Haft sitzen, natürlich eine auch ziemlich gute Aussicht auf eine frühe oder baldige Rückkehr aus dem Knast, jedenfalls für den Kronzeugen. Und wenn man dann bedenkt, dass es eben ein, zwei andere auch gab, die im Laufe dieser Ermittlungen auch kurz davor waren, umzukippen und auch auszupacken und für sich auch zu entscheiden, möglicherweise einen anderen Weg zu gehen, also in der Verteidigungsstrategie, dann glaube ich werden diese, es wird ihnen jetzt nichts mehr bringen, aber dann wird das glaube ich, aber nachhaltig wird das hängen bleiben auch als Thema. Und da muss man auch nochmal sagen, es ist von Anfang an, wir haben mehrfach auch 2014 schon darüber berichtet, dass es eben Ermittlungsergebnisse gab, die den Verdacht nahelagen, dass es eben nicht darum ging in diesem Verfahren, dass die Person sich, dass jeder sich selber verteidigen konnte oder sollte und mit seinem Anwalt wirklich die für sich beste Verteidigungsstrategie aufgebaut hat, sondern der Verdacht eben naheliegt, dass es wie oft eben bei solchen Verfahren, die mit Rockerclubs oder mit anderen Organisationen zu vergleichen sind, dass es eben vor allem darum geht, den Kopf oder das, was oben ist, vor allem zu schützen und auch durch Schweigen zu schützen. Es haben sich auch einige davon, die auch angeklagt sind, haben sich mittlerweile auch aus dem Club verabschiedet und trotzdem sind sie diesen Weg weitergegangen. Die Forderung der Staatsanwaltschaft ist lebenslang, wie gesagt, das sagt noch nichts aus, auch über das Urteil nicht, aber sollte vielleicht auch in Zukunft so manchen einfach mal dahin bringen, darüber nachzudenken, ob das wirklich auch so viel Sinn macht, bei dem eigenen Leben dieses eigene Leben offenbar doch hinten anzustellen. Klang jetzt wie so ein Pastor. Ja, aber nee, ernsthaft, es ist so, wenn man diese Themen halt verfolgt, es ist so Wahnsinn, Mann ey, das sind alles junge Menschen, da gibt es mehr halt nur als irgendwie so ein Club und wenn du halt dann irgendwie für dich eben auch entscheiden musst, dann brauchen wir jetzt keiner mit Brüderschaft und sonst irgendwas und es gibt Wichtigeres im Leben als das Individuum. Ja, und das ist auch vielleicht eine eigene Familie oder das eigene Leben, Freundeskreis, Arbeit, also es gibt auch was anderes. Komm, ich will mich jetzt gar nicht aufregen. Aber das verfolgen wir auf jeden Fall weiter. Und Thema Knast gehen wir, glaube ich, jetzt nahtlos, wenn ich sehe, was du hier ausgebreitet hast. Nee, gar nicht nahtlos. Geschichte, du hast erzählt, jemand hat dir erzählt, es gibt keine Fernsehgeräte mehr im Knast. Ja. Ja, und es ist tatsächlich so. Habe ich nachrecherchiert. Kann ich bestätigen. Das ist eine wahre Geschichte, Herr Ross. Aber es ist jetzt ein bisschen Clickbaiting. Es ist ja nicht so, dass es gar keine Fernseher im Knast gibt. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Nein, es gibt es. Also in Berlin ist es so geregelt, dass du, wenn du einen Fernseher haben möchtest und deine Angehörigen möchten, dir den zur Verfügung stellen, dann musstest du den bisher zu Jürgen Krüger Fernsehdienst bringen. Jürgen Krüger Fernsehdienst in der Oranienstraße 69 und Kreuzberg auch schon öfter mal Opfer eines Anschlages, eines Farbanschlages gewesen, weil er ja im Prinzip die Knaststruktur unterstützt, indem er die Fernseher aufschraubt, reinguckt, sagt, Blum, Waffen, irgendwas drin? Nee. Wieder zuschraubt und dann zur JVA bringt und dort kriegen dann die Insassen die Fernsehgeräte. Ich finde diese, ganz ehrlich, alleine diese Organisation, ich finde das sensationell, dass in einer fast vier Millionen Einwohnerstadt mit ich weiß nicht wie viele Haftanstalten ein Familienunternehmen aus Kreuzberg dafür zuständig ist. Ich weiß nicht, wie man an so einen Auftrag gekommen ist, aber es ist doch wahnsinnig. Über Jahre, Jahrzehnte, glaube ich. Und alle Fernseher müssen da hingebracht werden. Und alle Fernseher müssen da hingebracht werden. Also du kannst nicht mit dem Gerät zur JVA gehen, sondern du musst halt wirklich vorher anmelden, Jürgen Krüger, Fernsehdienst. Und der hat checkt das, macht dann so eine Art Siegel dran und dann ... Und die kostet, die Kontrolle. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er das für Umme macht. Es ist eine kostenpflichtige, also Fernseher, Radiorekorder, alles wird kostenpflichtig auseinandergenommen und angeguckt, wieder zugeschraubt und dann ... Irre. ... wird es da hingebracht. Ja, und leider geht es der Jürgen Krüger offensichtlich gesundheitlich nicht so gut, sodass er im Mai wohl schon angekündigt hat, dass er seinen Vertrag nicht verlängern kann und hat das wohl fristlos gekündigt. Ich hatte nachgefragt bei der Justiz. Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Jahrzehntelang haben die da zusammengearbeitet. Nun ist es so, dass wenn du frisch in die JVA Moabit kommst oder in die JVA Tegel oder in die JVA, ich glaube, Plötzensee war es, und du möchtest gerne Fernseher haben, dann kriegst du keinen. Das ist natürlich scheiße. Wahnsinn. Das ist doch Aufstand vorprogrammiert. In Tegel, überleg mal. Die müssen doch durchdrehen. Ja, und jetzt arbeitet man irgendwie an einer Lösung. Warte, wie hat er geschrieben? Für diese Aufgabe ist es nicht leicht, einen Dienstleister zu finden, schreibt Herr Brucks, der Pressesprecher der Justiz. Deshalb läuft derzeit eine bundesweite Abfrage in den Justizministerien, wie dort verfahren wird. Zeitgleich wird eine Ausschreibung vorbereitet, wohl federführend in Tegel. Das heißt, es dauert ja noch Monate. Ja, man kann, also so habe ich es gehört, man kann jetzt natürlich versuchen, Geräte von Insassen zu bekommen. Also ein Tausch ist möglich. Ja, ja, abkaufen. Ist ja ein Riesengeschäft. Ich wollte gerade sagen, Tabak und Drogen kannst du vergessen, Handys kommen lassen. Das geht jetzt du. Du, ich habe ein Panasonic. Das ist nicht dein Ernst. Gib mir mal einen Bosch. Hast du einen Bosch? Hast du noch einen Bosch? Du, ich habe fünf Bosch. Ich habe fünf LT. Nicht dein Ernst. Doch, tausche ich gegen zweimal Siemens. Oh, zwei Tage Fernsehen, 200 Euro. Zack. Und das in Tegel. Überleg mal. Das ist jetzt kein kleiner Knast. Ist doch größer Haftanschalt in Deutschland, oder? Ja. Ja. Wahnsinn. Moabit auch. Das heißt aber natürlich, die Altfälle, also die Leute. Die Alte, die ja noch Fernseher rechtzeitig eingebracht haben, die da noch sitzen. Also Kadia Padia dürfte, wenn er einen Fernseher hat, dürfte das noch funktionieren. So, wenn du jetzt aber morgen, ja, weil sie dich, weil du irgendwie so einen E-Scooter-Fahrer verdroschen hast, ja, schwere Körperverletzungen, Körperverletzungen mit Todesfolge und du wanderst in Moabit ein. Also ich kann dir keinen Fernseher bringen. Um das nochmal festzustellen. Ich finde das ja Wahnsinn. Das sind so Kleinigkeiten. Jürgen Trüger, Fernsehdienst. Irre. Irre Geschichte. Ja, absolut. Das machen wir morgen auch. Kann ich jetzt drüber erzählen, weil dieser Podcast ja auch erst am Freitag rauskommt. Clever. Clever. So, jetzt haben wir es so groß angekündigt. Wir sind aber schon so weit. Ich muss gleich weg. Du musst immer nur weg. Gehst du wieder mit Bushido auf Tour? Du lachst. Ich muss erst lachen, weil ich gestern Nacht wieder von Patrick Lusensky Post bekommen habe. Von Flair. Also vorgestern Abend. Wir kommen auch nicht drumherum in jeder Folge. Ja, ein Mammus. Hast du gut gemacht. Hast du gut aufgebaut, das Ding. Was wird er denn? Ach, er hat irgendwelche, ich glaube, Ermittlungsakten da wieder geschickt. Für dich? Irgendwelche Smileys und so. Für dich? Ja, nicht für mich, sondern ich glaube, dass er einfach wieder nur darstellen wollte, dass er doch immer schon recht hatte mit seinen Mutmaßungen. Lass uns jetzt nicht aufhalten. Ich finde das super spannend. Ja, deshalb machen wir es ja nochmal extra. Mann zum dritten Mal jetzt. Hier, weil ich es jetzt im Teaser angewähnt oder angedeutet hatte, kurz. Scharimbein. Scharimbein. Interner Polizei. Scharimbein. Strukturveränderung war ja mal ein großes Thema. Soll ja auch das neue, oder soll ja sozusagen ein neues LKA-Dezernat dazukommen. LKA 8. Terrorismusbekämpfung, vor allem Islamismus. Zuständig sein für. Das ist ja auch so mit in der Planung. Und da ging es jetzt nur um eine ganz interessante, spannende Personalie, die ich gehört hatte. Dass der ehemalige Pressesprecher der Berliner Polizei, Stefan Redlich, der nach seiner Zeit bei der Pressestelle der Berliner Polizei zu den operativen Kräften ja zurückging. Mobiles Einsatzkommando. Genau. Dass der offenbar in der Pole Position für diesen Platz ist. Was wirklich spannend wird, weil wir wissen ja, dass auch so Thema Islamismus aktuell ja noch im Bereich Staatsschutz, also LKA 5, bearbeitet wird. Die genauen Zuschnitte sind da offenbar auch noch nicht so ganz klar. Chef von LKA 5, André Rauhut, ja auch ein sehr, wie sagt man, charakterstarker Mensch. Stefan Redlicher ebenfalls, der dann in LKA 8 möglicherweise bei Themen überschneidenden Feldern aktiv sein wird. Ich glaube, das wird spannend, wenn es denn so kommen sollte. Aber wie gesagt, nur kurz, weil einige von uns auch aus unserem Genre kennen den ja noch. Spannende Vita. Und ich glaube,